Boah, nee, 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 hab grad kein Bock. Ach nee, ich muss PC zocken. Nee, ich hatte ja ein Motorrad. Nee, Punkt 12 läuft gerade. Scheiße, Mann. Ey, das steht mitten im TR hier auf der Straße, ey. Diebt das nicht. Kann gerade nicht, muss ACTV gucken. Also, wo bist du jetzt gerade? Ich? Ja. Auf der Straße, vorne links im Fahraus. Ist mir so piss warm. In welcher Nähe von einer Stadt befindest du dich gerade? Warum ist das so piss warm? Hier ist ne Heizung an. Hier ist ne Heizung an. In der Nähe von Ligee. Von Ligee? Ja. Ligee. Eiko ist hier. Eiko, der ist mir gerade auch schon entgegengekommen. Ja, wo ist er denn? Ich habe geschrieben gerade, ey. Hätte noch schreiben können, ey du Sack. Er hat sich richtig keinen Auftrag nach Kali. Aber das Beste war ja in der Klapse so, ne. Die wollten mich nicht rauchen lassen, was ich abends gemacht habe im Zimmer. Im Bett gelegen habe ich einfach Triggeretten weggeraucht. Was, die wollten dich nicht drinnen rauchen lassen oder allgemein nicht rauchen lassen? Ne, nicht rauchen lassen. Ich habe einfach gesagt, lecker Arsch, ich gehe nach dem Zimmer so. Die Weiber haben das gemacht und dann hat das Zimmer so nach Rauch geschmiert bei denen, ne. Haben sie Bodyloads überall hingeschmiert. Ganz ehrlich, mich hat es dann in dem Moment auch nicht interessiert. Warum ist mein Battlefield Hardline so laut? Sag mir das mal jemand. Ja. Das könnt ihr nicht sagen, weil ihr das Spiel nicht spielt, ne. Wo sieht das aus? Äh, Rocky? Hm. Also ich bin Liege, erster Ausfahrt. ITCC. Ich fahre auf der Autobahn, ich bleib auf der Autobahn, ich fahre nicht runter. Ja, dann lass mich zur Autobahn kommen, ich komme zur Autobahn, Moment. Ich gehe gleich mal aufs Klo mit meinem Headset, ne, hab ja Wireless. Aufsache du stellst es ab. Das interessiert mich nicht. Aufsache du stellst es ab, wir wollen dich nämlich nicht stöhnen. Ach Quatsch. Ich mach das so, warte mal. Kamen auf die Nachrichten, da waren, äh. Richter pissen und hat das Mikro angelassen. Da haben die das alle im Saal gehört. Loll. Warte mal, wenn du in der Ausfahrt bist, bei der ersten, bei DJ da hinten. Denn warte mal da, ich stell mich da mal ganz kurz am Straßenrand hin. Und mach das aus, dann bist du weg. Hm, mit was spielen wir denn heute? Da können wir die Leute umlegen. Also ich wäre ja dafür, du spielst mit Kevin. Welchen Kevin? Dem Kevin aus meiner Klasse, der hat keine Freunde. Gibt der Bettefit-Hardline. Ja, allerdings ist er der größte Loser überhaupt in meiner Klasse. Also siehst du, dann kann ich ja nichts mit dem anfangen. Er ist der größte Loser überhaupt bei mir in der Klasse. Also eigentlich kann ich nichts mit dem anfangen. Ich geh jetzt die Leute mit dem Vorschlagkammer verprügeln. Auf der Tab seh ich dich noch nicht. Direkt hinter der ersten Ausfahrt. Bitches, R, 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 meine RpG. Ja, Twitch. Ja, bleib mal da still. Ja, ich stehe hier. Vielleicht das mal streamen, wir würden mich alle für bekloppt halten. Hinter mir kommst du ja angebrettert. Ey, Bitch, bleib stehen, ich muss dich töten. Ich bin gleich wieder da. Sound-Microphone muted. Channel-Switch, Sound-Microphone activated. Ey, du Sack-Gesicht, nächstes Mal hupst du zurück? Was? Du bist bei mir vorbeigefahren, Twitch.TV. Gerade eben vor ca. 5 Minuten, bei L.J. hinten. Hey, Rocky. Nein, ich meine hier Heiko. Bei L.J.? Ja, Frankreich. Ja, gut. Ey, ich hab einen Text geschrieben, ey. Wo bist du? Bist du immer noch L.J.? Ja, ich fahr weiter Richtung Calais, da muss ich gehen. So, sorry, hab ich vergessen. Ich bin von da... Bist du gerade Richtung Aden unterwegs? Ich bin Richtung L... Ich bin da gekommen. L.J., jetzt Calais. So, Calais. Ich muss jetzt Richtung... Und... Ich muss jetzt raus, da war. Achso. Ich muss komplett in die andere Richtung. Ja, davon komm ich gerade her. Ich muss komplett L.J. wieder zurück. Ne, ich komm von... Was hast du transportiert? Ich, ne Gas-Pipeline. Achso, ich hab grad tief Kohlenkost. Mach mal Chat auf. Da siehst du ein A drinne. Den? Ein A siehst du drin, E, Y. A? Ich bin nicht mein L.J. Nein, aber im Text-Chat, guck mal drinnen. Mach mal Y. Ja, wir machen den nochmal auf. Y. Boah, ich bin jetzt gerade im Kurvenbereich. Warte, ich bin gerade in der Kurven, ich bin gerade mit 100 kmh. Ich bin mit 23 Tonnen am Heizen. Wenn ich damit einmal konnte ich die Kontrolle verlieren, bin ich, glaube ich, gleich auf dem Boden. Jo, passiert. Ich hab noch meine 880 kmh. Cool. Dann schlück mal gucken, ne, ich will eh gleich ein Rauchen gehen. Komm mal, wenn ich alle mal zusammen eine Strecke wieder mal. Ähm, ja, komm, aber wir sind nicht. Morgen ist schlecht. Eventuell dann am Freitag machen. Weil jetzt, wie gesagt, ich fahr noch bis Calais runter. Also viele Leute kommen mir gerade entgegen, Mann. Und dann mach ich erst mal Pause. Ja, ich streame gerade noch. Also, was wir hier reden, nicht hören sie, ne? Ja, Mann, sorry. Rauchen ist ungesund und trotzdem zu ist. Ja, okay, ich bin jetzt hier wieder weg. Ich komm nachher nochmal. Ja, nochmal sitzig. Jupp, man hört sich. Und sorry nochmal. Ja, kein Problem. Channel switched. Sound microphone muted. Sound microphone activated. Also, wieder low. Hey Rocky, sag mir, warum ich rufe. Alter, du Affe. Was hast du gerade gesehen? Zurück auf Norden. Äh, Rocky, wieso stehst du so behindert da? Ja, weil irgendein so ein Vollpfosten da stand vor mir. Hm. Hast du zurückgesetzt? Hm. Ich steh schon die ganze Zeit so. Ah, okay. Das war schweger. Okay, jetzt komm hinterher. Wache und war hinter mir. Denk dran, ich streame. Mach 85 drin. Der Schnuffeltuch fährt vor mir. Lass dich mal vorher fahren. Besser. Angst wegen Stream, wa? Nein, das nicht. Ich kann dich gleich gerne wieder beholen, aber ich muss erstmal ins Cockpit gehen. Ne, ich hab hier Heiko gerade gesagt. Also, mich hat er nicht gesehen. Na gut, ich sag mal, der sieht mein Arme nicht. Der hat bloß Twitch-TV gesehen. Der muss runter nach Ostra, aber. Ah, hier sind 90er, glaub. Kann ich ja 95 fahren. Ich brauch schon 110, damit ich hinter dir herkomme. Na, du wirst schon hinterherkommen, die 200 noch fast Kilometer. Da kommt ein Vorrat, ja. Na, du lagst bei mir so schick. Ich lagge nicht. Doch, du bist gerade stehen geblieben, weitergefahren. Stehen geblieben, weitergefahren. Stehen geblieben, weitergefahren. Stehen geblieben, weitergefahren. Ich fahr die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja. Gut, guck du mal meine MS-Zahl an, dann wirst du warum. Oh. Ja, das könnte ein Twitch-Stiegen. Das könnte ein Twitch-Stiegen. Findest'n Fehler? Hey, du Arsch-Krampe. Ah, du musst halt ein bisschen Abstand mehr halten, ne? Nein, im Flash-Buch, man dich und dann im Livestream auch wieder. Ach, Rudi ist da. Ich weiß noch, dass ich die ganze Zeit wieder raus muss. Ich zieh rüber. Ja, ja, ich seh das schon. Hab ja auch starke Räumse. Was ist mit dem Livestream? Verhört man euch dann wieder? Na, ich bin jetzt gerade drauf auf dem Livestream. Also, Rocky, wenn ich gleich an die Zeit ziehe, mach ich mir eine F- Ja, 240 Kilometer. Hast du eigentlich geladen? Was? Hast du eigentlich geladen? Was geladen? Auf Trailer. Siehst du das nicht, oder was? Nee. Naja, ich hab ne Gas-Pipeline. High-Cargo-Pack. Das DLC. Ich komme mit 100 Sachen hinter dir und komme gut hinterher. Man soll ich mal rüberziehen? Dann knall ich den hinten auf die Fracht auf. Nur ist ja dein Partner, nicht meins. Auch schade. Ich brauche bloß abspeichern, mir ist das egal. Und du bloß den letzten Speicherstand laden? Ja, ich weiß, ich auch. Das ist ein feindliches Auto. Aber wie schnell fährst du? Ich fahre zu einer 10 und komme gerade so hinter dir her jetzt mittlerweile nur noch. Ich hab 95 drin, wie gesagt. Der Tempomat. Kannst du sogar nachher Videobeweis machen. Siehst du, 95. Pass auf, ich zieh rüber. Ich hab mein Motor ausgewirkt, wie heute. Danke fürs Bremsen. Ich hab doch gesagt, ich hab starke Bremsen. Ja, ich hab mein Motor auch schon abgesoffen, meine Ampel. Ja, eine Ampel krieg ich doch eigentlich nie hin. Weil ich so stark gebremst habe. Auf einer Autobahn. Wenn ich so schön mit 40 nur weiterfahre, dann mein Motor geht aus. Jedes Mal hin. Sag mal, wie weit bremst du eigentlich ab, Rocky? Echt? 45. Der Gang, schön mit 40. Du ziehst noch Niere. Platz hat sich drin. Also warte, ich stelle jetzt auf 599. Lass mich verrollen. 95 drin. Ich fahre 100 und du ziehst an mir vorbei. Ich hab mir auch gerade 110 drin. Lad doch nach, du Arschloch! Ey, du leckst so stark bei mir. Du stehst gerade hinter mir auf einmal. Finde ich nicht, also. Bei mir läuft's flüssig. Kann doch auch deine Bambusleitungen. Er ist aber auch durch Twitch durch den Stream. Ja, wollte ich gerade sagen. Wett, dass du ein LAN-Kabel kriegst. Was? Wett, dass du ein LAN-Kabel kriegst. Warum mein W-Darn ist für Stoffwerke über mir? Das reicht nicht mit dem LAN-Kabel. Das ist nicht mein W-Darn. Außer, dass du als einzigster bei mir wie ein Roboter klinkst an der Wand. Und, was? Sag doch was. Warte, ne, musst du auf den Blinker gucken. Du hast keinen Blinker an bei mir. Ich hatte Blinker an. Aber nur kurz. Für mich reicht das. Ja, schön, wenn du den AN-AUS machst, dann seh ich den nicht. Naja, wenn er kaputt ist, kann ich auch nix für. AN-AUS, AN-AUS. Guck, such dir aus, wo wir langfahren. Ja, schön, den Blinker hab ich auch. Da, siehste. Ja. Den seh ich nicht. Hast du den Blinker hier nicht gesehen? Na, musst du Abstand halten. Wenn ich, wie gesagt, bei dir lacken tue, kann ich nix für. Hast du ja schon Abstand halten? Nein, hauptsache, ich kann einwandfrei streamen. So. Jetzt gehen wir runter. Von rechts, oder was? Nein. Noch sind wir nicht da. Lack. Ach, wir sind gerade jetzt in Lillee. Oh. Hm. Wird man auch abbremsen. Hier kommt auch gleich irgendwo ein Blitz. Ja, da ist mit dem Bremsiger schon. Oder vorne kommt er. Nee, noch kommt er nicht. Sag dir, wann er kommt. Der Brücke kommt da direkt. Du kannst mit 90 durchfahren. Wusstiert nix. Hier kannst du 90 fahren. Du Hurtstag! Hey. Jetzt beklagte ich nochmal, dass ich solche Äußerungen mache, ja? Also so schlau laut schrei ich nur noch wieder nicht. Das darfst doch nicht, das darf nur ich. Das darfst doch noch nichts. Das ist das.